Das war der erste Trade und Eröffnungstrade. Ich verabschiede mich bei unserem Video Tagebuch und wünsche allen ein schönes Wochenende. Wir machen jetzt weiter und ich aktiviere. Wir wollen jetzt ein bisschen mehr mitnehmen und Zielmarke ist 50. Und wir sind raus. Das war der Eröffnungstrade im zweiten Anlauf. Und auch hier für unser Video Tagebuch war heute hier ein bisschen turbulenter. Wir haben den Markt-Eröffnungstrade hier in den Gewinn gebracht. So. Und Schluss raus. Und Tagesziel erreicht. Tagesziel erreicht. Danke. Vor dem Daily Peerboard und die Zielmarke. Und nochmal hoch nach oben. Und meine Damen und Herren. Das war der Eröffnungstrade. Und ich verabschiede mich bei dem YouTube-Platz für unser Video Tagebuch. Wünsche euch ein... So. Der Trade ist in den Gewinn gelaufen für das Video Tagebuch. Ich verabschiede mich. Wir hören uns Montag wieder. Morgen kein Live-Trading. War morgen Arbeitsmarktzeit. Und jetzt ist der Trade in den Gewinn gelaufen. Und wir hören unser Geräusch. Das war der Eröffnungstrade mit angepasstem Ziel auf diese Zone. Ja, Christian. Absolut. Big Ben. Warum nicht? Also Asien-Breakout Big Ben. Jetzt mit diesem Boxstil. Ja, und wenn du da sehr schön, Christian, wenn du da die alten Videos dir anschaust. Das haben wir früher gemacht. So, jetzt sind wir kurz vorm Landeanflug und sind raus. Jetzt wird ein bisschen gedrängelt, wie immer. Drängel, drängel, drängel. Und die blaue Linie. Da sind wir draußen. Das war der Event-Trade. Und Trade in den Gewinn gelaufen. Das war der Eröffnungstrade. Ich bedanke mich recht herzlich.